Bist du auf der Suche nach deinem nächsten Lieblingsbuch? Jürgen von der Buchhandlung Rieger hat uns verraten, welche Bücher ihr gerade auf keinen Fall verpassen solltet. Und zwei dieser Bücher sind nominiert für das Lieblingsbuch der unabhängten Buchhandlungen 2025. Das erste Buch, das Jürgen empfiehlt, ist Intermezzo von Sally Rooney. Es handelt von zwei Brüdern, der eine schamann, der andere zurückhaltend, die nach dem Tod ihres Vaters wieder zueinander finden müssen. Es ist eine bewegende Geschichte über Liebe, Verlust und den Sinn des Lebens. Das nächste Buch ist für den Deutschen Buchpreis 2024 und für das Lieblingsbuch 2024 nominiert. In Mein drittes Leben von Daniela Krien geht es um eine Frau, die sich nach dem Verlust ihrer Tochter langsam wieder ins Leben zurückfindet. Kleine Alltagsmomente wie die Liebe zu ihrem Hund und die Arbeit im Garten geben ihr neue Kraft. Pi mal Daumen ist die dritte Empfehlung. Die Autorin Alina Bronski erzählt eine witzige Geschichte über Oskar. Ein Mathe-Genie. Und Moni, seine ältere Studienkollegin, die sich im Hörsaal kennenlernen. Die beiden freuen sich an und zeigen, dass Mathe keine Altersgrenzen kennt. Es ist ein warmherziges Buch mit viel Humor. Und das Beste auch dieses Buches nominiert wird das Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhandlungen 2024. Die letzte Empfehlung von Jürgen Rieger ist Munk von Jan Weiler. Hier geht es um Peter Munk. Er ist 51, erfolgreicher Architekt und hat gerade einen Herzinfarkt überlebt. Als er über sein Leben nachdenkt, merkt er, dass ihm niemand wirklich nahe steht. Auf dem Weg der Selbstkenntnis beschäftigt er sich mit den 13 Frauen, die sein Leben geprägt haben. Das Buch nehmt euch mit auf eine Reise voller unerwarteter Wendungen. Vier Bücher, vier Welten, von tiefgründig bis unterhaltsam. Das war die vier Buchempfehlungen von Jürgen Rieger. Welche dieser Bücher waren denn auf eurer Leseliste? Schreibt es in den Kommentaren.